Was machen sie denn da an meinem Wagen? Hallo? Da haben sie sich aber den schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Da ist ein Police Officer. Sehen Sie da, der Mann stiehlt meinen Wagen. Der Mann wird den Wagen zu uns auf den Parkplatz bringen. Aha. Da kann ich den Mann dann wieder abholen. Okay? Aber er kann hier nicht stehen bleiben. Ja, ich kann ihn... Ja, ich könnte ihn ja wegfahren. Achtung, gehen Sie mal bitte, treten Sie mal bitte vom Wagen zurück. Aber es ist doch mein Wagen. Wissen Sie, was Sie tun? Also ich weiß, was ich tue. Ich... Gar nichts. Stehe jetzt und sehe, wie mein Wagen gestohlen wird. Ich glaube, der Mann weiß, was er tut. Ich hoffe, mein Wagen wird dabei nicht beschädigt. Nein! Wahnsinn, so effizient, der schleppt gleich sein Wagen mit ab. Sind Sie sicher, dass er seine Ordnung hat? Das... Ich bin verwirrt. Ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die... wie die Herrschaft...